In diesem Video erklären wir Ihnen die Grundlagen von TaxWare und zeigen, wie Sie die wichtigsten Funktionen nutzen. TaxWare gliedert die Daten in drei Hauptebenen. Beim Steuerrechner Einkommen Vermögen sind dies Variante, Steuerpflichtiger und Steuerdomizil. In der ersten Ebene geben wir das Steuerjahr und die Art der Partnerschaft ein, zum Beispiel ein verheiratetes Paar. In der zweiten Ebene geben wir die Personendaten ein. Bei uns ist der Mann reformiert, die Frau katholisch und sie haben zwei Kinder. In der dritten Ebene geben wir das Steuerdomizil ein, hier Bern. Unterhalb dieser drei Ebenen erfolgt die Eingabe der Steuerdaten. Wir nehmen ein Einkommen von 120.000 Franken beim Bund und 110.000 beim Kanton, sowie ein Vermögen von 650.000 Franken. Nach der Eingabe dieser Daten ist unten bereits die Steuerberechnung sichtbar, gesamthaft 26.000 Franken. Jetzt können wir diese Daten speichern, indem wir ganz oben auf das Symbol Speichern klicken. Wir geben der Datei einen Namen und speichern sie im gewünschten Dossier, z.B. in dem eines entsprechenden Kunden. Gleich neben dem Symbol Speichern befindet sich das Symbol zum Ausdrucken der Steuerberechnung. Im Druckdialog wählen wir das gewünschte Protokoll, hier Einkommen Vermögen für einzelnes Domizil. Dann drücken wir auf das Symbol PDF erstellen. Dieses PDF können wir ausdrucken oder dem Kunden elektronisch zustellen. Nun wollen wir noch verschiedene allgemeine Funktionalitäten von Taxware aufzeigen. Da sind einmal die Symbole auf der Ebene Variante. Drücken wir auf das grüne Pluszeichen, erstellen wir eine neue Variante. Dieser können wir einen Namen geben, z.B. Umzug, wenn wir vor einem Wohnortwechsel zwei Steuerdomizile vergleichen möchten. Zur besseren Übersicht können wir die Variante verstecken. Wir können mit der Null die Daten dieser Variante zurücksetzen. Und wir können die Variante mit dem roten X wieder löschen. Das Bleistift-Symbol zeigt an, wo wir Details erfassen können. In der Maske für die Personalien z.B. können wir Namen, Geburtsdatum und zahlreiche weitere Details eingeben. Beim Klicken auf OK werden diese in die Übersicht übernommen. Das geänderte Symbol zeigt uns an, dass hier Detaildaten eingegeben wurden. Diese Details können wir in der Übersicht überschreiben. Ändern wir z.B. die Anzahl Kinder auf 3. Eine gelbe Ecke zeigt an, dass wir etwas überschrieben haben. Wir können aber jederzeit zum ursprünglichen Wert zurückkehren, indem wir ins Feld klicken und dieses zurücksetzen. Die Kantonsflagge zeigt nicht nur, wo sich das Steuerdomizil befindet. Wenn wir klicken, finden wir nämlich dort auch zahlreiche kantonsrelevante Angaben, z.B. den Link zur Steuerverwaltung des entsprechenden Kantons. Oder wir gelangen zur kantonsspezifischen Seite des Taxware-Portals. Hier finden wir Steuergesetze, Wegleitungen und viele nützliche Angaben zum jeweiligen Kanton. Die Darstellung von Taxware kann zur besseren Übersicht angepasst werden. So können wir, indem wir oben rechts auf das kleine Dreieck klicken, das Menüband verstecken. Wir können den Ebenen zuklappen und wieder aufklappen. Und mit dem kleinen Pluszeichen können wir Details entweder anzeigen oder verstecken. Das Taxware-Fenster kann angepasst werden. Und die Zoom-Funktion ermöglicht eine grössere oder kleinere Darstellung der Daten. Bei Fachfragen oder Fragen zu Taxware hilft der Reiter Information. Hier finden wir z.B. die Knowledgebox, eine Informationssammlung zum Thema Sozialversicherungen. Neben der Knowledgebox führt ein Link zum Taxware-Portal, das wir bereits gesehen haben. Am rechten Rand befindet sich der Help-Center-Balken. Hier können wir Videos zu verschiedenen Taxware-spezifischen Themen anschauen. Weiter unten unter dem Fragezeichen finden wir das ausführliche Benutzerhandbuch. Wir können Infomails abrufen, die Taxware verschickt hat. Und unter den FAQ finden wir Antworten auf häufig gestellte Fragen. Durch einen Klick auf das Add-Symbol gelangen wir zum Feedback-Formular. Nutzen Sie dieses, wenn Sie Fragen haben oder mit dem Taxware-Team in Kontakt treten wollen. Wir sind bestrebt, Ihnen den bestmöglichen Support zu liefern, damit Taxware genau das leistet, was Sie sich wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017